Im epischen Kampf der Verdammnis bin ich wieder da für euch und wir kloppen uns mit tausenden von Leuten. Ah, scheiße! pick dich ins knie auch der typ nein es geht wieder nicht, er macht sich bumm hui du bist nicht Ah, du bist hässlich man, jedes verfickte Mann, komm mal weg, du stinkst, ah, ich komm wieder nicht zu, ich komm wieder nicht weg Ich komm einfach, komm einfach nie dazu, um den richtigen Combo zu machen, weil ich ständig von allen bedrängt werde, ey, sorry, dass ich so ruhig war Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet Ja, Mann Das ist zwecklos, Dark Knight Nein Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen Ich werde es Feuer und Schwefel auf diese Tiere regnen lassen Dann gibt es hier auch noch ein Easter Egg, nämlich komischerweise es gibt ein Intro zu dem Spiel, das wir leider nie gesehen haben Und da ist so ein Typ, der so ein bisschen mitgenommen aussieht und der wird am Anfang dieses Dings von Strange gefoltert mit so komischen Injektionen, das wäre der gewesen Aber dieses komische Sequenz sieht man irgendwie nicht So, auf mit der Tür Wunderzunder ist das Nein, fördern Come on, drehen, dreh mit dem Finger Fördern Danke Der Rilla Jokers Titan-Handler Hier war doch auch der Anfang, wo wir drin waren Ja, wir sehen schön aus Wir sind, wir sind schon schön Seht ihr auch, was sie da alles gemacht haben Eine Knochensäge Das ist nicht schön Das können wir hier nicht gutheißen, deswegen Haben wir auch die Hälfte Was ist eigentlich hier drin, ne? Ich habe mich hier einfach noch ein bisschen oben und so zu sagen, ich habe alles angesehen Die müsste ich euch dann anschauen, weil viele andere Lp-er machen das ja auch Darf ich das auch machen? Was ist denn eigentlich hier? Ah Danke Ridley Die, die ich gerade finde, die nehme ich auch mit Also das ist jetzt nicht so Äh Da muss ich eigentlich hin Wieder zurück Von dort, wo ich gekommen bin Das sieht fast so aus So Aber ich habe es ja nicht eilig Sehe ich und Batman haben es eh nie eilig Hier wäre auch so ein Rätsel Da ist wahrscheinlich der Punkt irgendwo oben Und ich müsste dann von oben runter schauen Dass das dann ein identisches oder ein gutes Fragezeichen gibt Das ist dann meistens das Rätsel Es sieht alles anders aus von einer anderen Perspektive Mehrere Ziele neutralisiert Große Anzahl von Leicht Nein Ach Batman Manchmal ist er echt schwer zu kontrollieren Der hässliche So, komm jetzt hoch Bin ich falsch eigentlich? Ja, bin ich Ziel wurde getroffen Bin ich falsch? Ja, bin ich Ich habe mich schon oft verlaufen Das muss ich ja zugeben Aber So peinlich Dass ich mich in Arkham City verlaufe Und bis jetzt noch nie passiert Ja, Batman Das machst du super Hier ist Wasser Nein, 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 nein Was macht er denn? Also im Moment Fickt mich die Steuerung richtig zusammen Komischerweise reagiert er voll langsam auf alles was ich ihm sage Und das gefällt mir nicht Vielleicht bin ich mir aber nicht gewöhnt mit Batman zu spielen Freiwillig einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen Wer Widerstand leistet Muss mit extremer Gewaltanwendung und psychiatrischer Behandlung der Stufen 9 und 10 Ah, jetzt endlich Sind wir nur ein Gully Ja, aber man bewegt sich auch normalerweise nicht durch Gullys Seit man weiß, wer da drinnen wohnt, ne Ich muss da mal ein Schwingedings rausholen Okay Ähm Ähm Bumm Ich entschuldige mich für die Legs Bei mir lagts gerade übel Sonst ist es echt schwer Ähm Ja Hör mal auf zu lecken Gottverdammte Scheiße Äh, äh Auf die andere Seite Er drückt nichts Ich drücke immer auf F Es passiert nichts Ja, hurrae Es macht Spass Fick dich, du Scheißgelm Und es leckt Wie, die Sau Warum? Kann man nur so doof lecken Die ganze Zeit Muss ich hier überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss Jetzt bin ich hier Doch Ich muss hier hin Aber ich sehe nicht, wo der Ausgang ist Glocken Läck So, jetzt aber Jetzt habe ich es auch geblickt Dummheit tut weh Ja, das passiert halt Wenn man lange nicht mehr B-Man spielt Dann ist man halt schlecht Und wenn es dann halt auch noch ruckelt Dann ist das doppelt Du bist das Ich sagte, ich würde zurückkommen Jo, Pepe Hat ganz schön gedauert Zuerst herrschte völliges Chaos Dann kamen Jokers Männer her Und haben ein Lager errichtet Ich habe mich versteckt So wie du es gesagt hattest Aber Was ist passiert? Da waren Wachen Du weißt schon Die Typen, die für Strange arbeiten Sie kamen her Und haben angefangen Jeden umzubringen Es war ein Blutbad Anscheinend versucht Strange Seine Spuren zu verwischen Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor Weiter so Bleiben Sie hier Ich kümmere mich um die Wachen im Raum Wee, Batman Okay, ihr seht hier Nette Herrschaften Ich habe mal ein bisschen dazugelernt Das war der letzte Verreich, wir sichern Tiger 43 an Turm Der Raum ist gesichert Alle neuen Insassen wurden neutralisiert Sehr gut Protokoll 10 macht große Fortschritte Sieht eigentlich so aus hier Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern Möchte ich die Zeit nutzen Allen Tiger Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken Gute Nacht Gute Nacht Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht Wir sind die Zukunft Wir sind die Zukunft Okay, ich glaube zwar nicht, aber ich werde sie mal ausräuchern Zählt mal durch Bewegung Verwundeter bei meiner Position Jo, ich habe noch einen zweiten Verwundeten Ziel gesichtet Kicken Die Zielperson ist über uns Zählt mal durch Bewegung Die Zielperson ist über uns Nein Ist sie nicht Die Zielperson ist über uns Sag's noch dreimal Enttäuscht mich nicht Ihr seid besser als er Denkt daran Wechsel auf Wärmebild Wechsel auf Wärmebild Eine fette Mutter Ist niemand, ne? Aussichtspunkt gesichert Keine Ruhe von Zielperson Zielperson weiter verschwunden Er hat Paneroy Angst können wir uns nicht leisten Konzentriert euch Tötet die Dänung Scham Der schießt mir die Sachen weg Wechsel auf Wärmebild Ist egal, das mache ich jetzt noch Jetzt ist nämlich spannend Jetzt tue ich euch das nicht an Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Kippen Die Zielperson ist über uns Oh oh Wechsel auf Wärmebild Macht nicht gut Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Okay Okay, jetzt wird es ein bisschen Schwieriger Sie haben ja fast alles Weggenommen Ihr hält euch zum Narren Haltet ihn auf Jaja Meine schönen Wasserspeier Wechsel auf Wärmebild Gibt es Sichtkontakt zur Zielperson Ja, zählt mal durch Weiterer Verwundeter bei meiner Position Es wird ein bisschen schwieriger Dieses Mal Weil sie mir fast alles Wo ich mich verstecken kann Weggeschossen haben Werdet ihr langsam nervös, ne? Wechsel auf Wärmebild Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Okay, ihr seid relativ viele Das heißt Ich mache jetzt hier Wie ja schon wieder Überzeit Aber ich kann nicht speichern Solange die nicht alle weg sind Irgendwie das jetzt mal Ein extra langer Part Auch wenn ich mich dann Dafür hassen werde Weil ich dann 1000 Jahre Am Upload bin Ich will diese lästige Fledermaus Tot sehen Wechsel auf Wärmebild Das könnte knapp werden Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Mann am Boden Zielperson verschwunden Wechsel auf Wärmebild Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Mann am Boden Wie sieht's aus Meine lieben Freunde Der hat einen Bug Er hat fünf von euch ausgeschaltet Wie armselig Lagebericht Kontakt Er hat einen von euch Torteln ausgeschaltet Bewegung Weiterer Verbundeter Bei meiner Position Ja geh mal hin Komm Verdammt Ich kann nicht weg Kontakt Gegnerisches Gerät gefunden Du bist der letzte Ne Und Guten Tag Und Gehen sie pennen Wuhu Oh der tut weh Okay Jetzt sollt es Nein Das ist inakzeptabel Sagen sie Aber Das kann auch nicht jeder Ich muss jetzt hier trotzdem Nochmal weitermachen Denn Jetzt sollte es dann Eigentlich mal speichern Oder Weil ich kann einfach nicht Ohne dass es nicht speichert Kann ich nicht weitermachen Sonst muss ich das alles nochmal machen Come on Come on Medikation Medikation Du Sorry die Performance bricht gerade echt ein Na ja Na ja Naja Ach, hab ich denn so Clowns da? So, es speichert. Und jetzt sage ich euch, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Batman Arkham City. Auf Wiedersehen.